Hallo liebe Straßenbahnfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, unserem Kanal. Heute sind wir im Straßenbahnmuseum in Prag unterwegs und da wollen wir euch mal ein paar schöne Fahrzeuge zeigen, wie zum Beispiel den T3 oder den T6 neben mir und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Also hier gibt es wirklich sehr viel zu entdecken, euch auf jeden Fall herzukommen, denn auf Video zu sehen ist nicht das gleiche, wie wenn ihr persönlich herkommt. Es lohnt sich auf jeden Fall, es gibt viel zu entdecken und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal angucken würdet.